Schönen guten Tag meine Freunde hier auf Mavrid TV, auf meinem privaten TV-Sender. Schaut euch mal, den habe ich euch nicht gezeigt, was für einen Schein ich hier nochmal getroffen habe. Genießt mal diesen Schein, ja. Papa geht jetzt auf jeden Fall hier heute eine schöne Feier organisieren. Also so etwas kann nicht jeder spielen, ne. Das ist natürlich hier Wettexperte, Wettpate Neuköllns, meine Freunde. Deswegen, nehmt euch ein Beispiel, ja. Guckt immer mein TV und tippt richtig. In diesem Sinne, peace outa.